Wie hat sich sonst der schöne Hahn auf unserem Turm gedreht und jedem damit kundgetan, woher der Wind geweht? Doch seit dem letzten Sturme hat er keinen rechtgen Lauf. Er ist zu schief und hängt zu matt und keiner schaut mehr drauf. Jetzt leckt man an dem Finger Halt und hält ihn hochgeschwind. Die Seite, wo der Finger kalt, von daher weht der Wind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017